Es ist Hefts oder Tails. Tails, oder? Ja, er ist sie. Sie ist sie? Nein. Ich bin für zehn weiter. Two good backhounds, get behind Vondrasova. Oh, that's a nice forehand. Inside out, forehand. Oh, excellent. It was the backhand before that that won the point. The Tunisians service here. Oh, another good solid forehand, hit behind the check. Brilliant from Vondrasova, breaks in the opening game. And leads by a game to love. Chance for Vondrasova to get off to a good start. That's better. Hits the forehand. Hits the forehand. Have not been. Don't say the forehand. That's better for the game. Das Team, 17 matchs played on the surface. As she showed last week. Ah, so powerful hit, forehand. So was you, Bert. Halser. Very good drop shot. Ongepür couldn't reach it. And Vondasova takes first blood. She takes the first set. Six games to four. Oh, on that like a flash. Now 15. Brilliant stuff. Now, really good forehand here from Ongepür. That's nicely done. Three very fine points on the bounce. Nasty tight forehand. When she plays like this on Gbert, there are a few sweeter to watch. That is a beautifully struck forehand. Hitting shots like she does now. Carpentery, a ball. Can you tell the ball to pick up, here. But this is the end. It's the end. That's a good race. That you've got. That's a good race. That's a good race. That's a good race. That's a good race. Oh, yeah, I don't know. Das ist ein Schöpfer. Das ist ein Schöpfer, das ist ein Schöpfer, das ist ein Schöpfer. Das ist ein Schöpfer, das ist ein Schöpfer, auf der einen Seite. Für das zweite Set ist das Leveler auf ein Set apiece. Nicht auf dieser Stelle, so wird es. Das ist ein Schöpfer, das ist ein Schöpfer. Da ist der zweite Set. Von Juppert nimmt es mit 6-2. Wir sind alle aufs Stad. Ein Set ein. Das ist ein Schöpfer. Das ist ein Schöpfer. Das ist ein sehr guter Set. Das ist ein Schöpfer. Das ist ein Schöpfer. Das ist eine gute Fischung. Auf der einen Schöpfer, das sollte aus der Fischung. und jetzt einfach die Schöpfer auf dem hohen. Das ist ein Schöpfer auf der Beine. Das ist ein Schöpfer. Brilliant, Vondasova read it. This was a very good point. Vondasova hat to really cover some ground here, came in quickly. Hits it down the line right into the corner of the court. Shot that she played a little bit too much. Deuce. That forehand becoming a bigger weapon. The point goes to Vondrasova. 30 love. The point goes to Vondrasova too. Second round beckons for Anjoubert. Oh, serve down the middle. Finds the line. She takes match point number two. And she takes the match. 6-3 in the deciding set. After Vondrasova took the opening set. Took a little bit of time for the number seven seed to warm up today. And once she did, that forehand got working. And the crowd enjoyed that. Anjoubert booked her place in the Porsche Tennis Grand Prix second round. Wondrasova. Wondrasva. Wondrasoa. Wondrasova. ы Erde& EMPSi